Uhlala, da geht es aber heiß her. Und die zwei Turtel-Täubchen auf dem Foto sind keine geringeren als Larissa Marold und Raul Richter. Die Ex-Sturm der Liebe-Darstellerin und der ehemalige GZSZ-Star scheinen richtig auf Tuchfühlung zu gehen. Ein zärtlicher Blick hier, eine innige Umarmung da. Und diese Küsse sind auch ganz schön heiß. Und das, obwohl Raul Richter doch bekanntlich seit längerer Zeit in einer glücklichen Fernbeziehung ist. Doch bei diesen Aufnahmen braucht sich seine Liebste wohl keine Gedanken zu machen. Die sind nämlich rein beruflicher Natur. Für eine Neuinszenierung von Winnetou bei den Karl May-Spielen in Bad Segeberg haben sich die beiden Schauspieler in ihre Rollen geschmissen. Larissa spielt dabei die Cowboy-Braut Tiffany O'Toole, während Raul als Sohn des Bärenjägers zu sehen ist. Doch sticht uns hier noch ein anderes bekanntes Gesicht entgegen. Auch Alexander Klafs ist ab Ende Juni bei den Karl May-Spielen zu sehen. Der ehemalige DSDS-Star hat sogar eine Hauptrolle ergattert und ist als Winnetou zu bestaunen. Na bei solchen heißen Aufnahmen wird den Zuschauern ja einiges geboten. Aufnahmen. Aufnahmen.